Was geht ab, meine Hummelfreunde? Wir sind hier im Krankenhaus-Tycoon drinne. Ihr könnt euch schon sehen, ich bin hier der komplette Noob, Leute. Okay, wir kommen uns erstmal an eine manuelle Werkstation. Okay, dann können wir hier wahrscheinlich arbeiten, hier in unserem kleinen, nicht mal angefangenen Krankenhaus hier. Okay, wenn wir E drücken... Ah, okay, je mehr wir die E-Tasse drücken, desto mehr Geld bekommen wir dann. Und da können wir wahrscheinlich unser Geld abholen. Okay, das holen wir uns erstmal ab, Leute. Wir haben jetzt hier schon, ich glaube, 600 Dollar gemacht, genau. Dann können wir einen Mitarbeiter einstellen und der macht das hier automatisch. Und wenn wir hier einfach drauf drücken, bekommen wir einfach, ja, 100 Dollar pro, ähm, ich glaube, ich will einfach mal sagen, Sekunde oder so, genau. Dann nehmen wir hier unser Geld und dann können wir hier ein paar Sachen kaufen, den Wartebereich, Leute. Oh mein Gott, okay, ein privaten Zimmer. Okay, 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 wir bauen schon ein krasses Krankenhaus hier auf, Leute. Dann kommt uns erstmal das hier, Leute. Und wir machen dann am Ende so viel Geld, Leute, äh, bis wir einen goldenen Hubschrauber oder so vielleicht, ähm, kaufen können, weil ich hab gesehen, es gibt ja auch einen goldenen Hubschrauber. Aber, Leute, da wir natürlich der Hummelkönig sind und wir natürlich der krasseste Spieler hier sein wollen mit dem besten Krankenhaus hier am Start, würde ich einfach mal sagen, ich will mir hier Bargeld. Okay, was gibt es hier, Leute? Oh mein Gott, okay, großer Wert. Oh, ha, oh mein Gott, so 50 Millionen. Äh, ich glaube, ich werde abgeschossen wegen einer Spielerin. Und wir haben hier oben ein Schwert. Oh mein Gott, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass wir ein Schwert haben. Aber komm, Leute, erst mal müssen wir uns hier Bargeld kaufen. Ich glaube, ich hole mir eine Million Dollar, Leute. Ey, bitte, macht das nicht nach. Ich mache es euch hier für das Gaming-Video, Leute. Ey, einfach eine Million, let's go. Okay, ich hab's einfach mal... Okay, könnt ihr unten sehen, ich hab eine Million, Leute. Jetzt kommen die krassesten Sachen durch. Mitarbeiter da. Oh mein Gott, okay, erst mal hier Sachen. Was ist das hier? Sicherheitspistole. Oh, okay, wir haben wirklich eine Pistole. Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Okay, wer hat denn bitte eine Sicherheitspistole im Krankenhaus? Das ist irgendwie ganz weird. Aber erst dann müssen wir unsere Mitarbeiter einstellen. Oha, okay, was gibt es hier noch? Accessoires. Okay, sehr gut. Warte mal, wenn wir jetzt schon eine Sicherheitspistole haben, können wir damit auch eigentlich Spieler angreifen? Ich glaube schon. Oh, was ist das hier? Rollschuhe? Nee, das will ich jetzt gar nicht kaufen. Oder warte mal, geht das wirklich? Warte mal. Ah, okay, die wollen mich hier gerade angreifen. Ey, wer will mich hier attackieren? Egal, erst hole ich mir meine Sicherheitspistole raus. Und hier gibt es auch Kleidung. Was? Okay, das hole ich mir mit. Jetzt bin ich hier Arzt, Leute. Ich bin hier Top 5-Sterne-Arzt am Start. Okay, dann kaufen wir erst mal hier alles durch. Bett können wir kaufen. Ach, private Räume gibt es hier sogar auch. Okay, dann kaufen wir uns erst mal hier alles hier durch, Leute. Okay, Zimmer haben wir hier auf jeden Fall. Können wir uns irgendwie hier hinlegen oder so? Ach, wirklich? Das geht hier sogar wirklich? Ja, dann gehen wir erst mal wieder raus und holen uns... Was ist das hier? Kostenlos. Warte mal. Ach, da muss man in der Gruppe reiben? Nee, das würde ich jetzt nicht machen, Leute. Da bin ich zu faul, um in der Gruppe reinzugehen. Ey, Leute. Ich glaube, eine Million ist wirklich zu viel für den Anfang. Aber okay, wir haben hier eine Garage, Leute. Und hier ist unser Krankenwagen. Warte, wir können doch bestimmt mit dem fahren. Oh mein Gott, ja, das funktioniert ja wirklich. Oh mein Gott, können wir da irgendwelche Leute helfen? Ich glaube nicht, dass es irgendwie funktioniert. Wir bekommen wahrscheinlich Geld, wenn wir ihn fahren. Da bin ich ja nicht sicher. Oh mein Gott. Okay, ich glaube wirklich, Leute, dass eine Million wirklich so viel Geld hier in diesem Spiel ist. Wir haben jetzt erst mal hier einen Parkplatz hier. Parkschild. Okay, warte mal. Ich habe irgendwie so einen Trank aufgehoben. Was ist denn überhaupt das hier? Das erinnert mich irgendwie so wie ein Fortnite-Mini-Schild. Alter, wirklich? 50 HP? Ja, einfach Fortnite-Schild-Trank hier. Oh mein Gott, es gibt eine zweite Etage. Okay, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Okay, jetzt wird wahrscheinlich hier alles sehr, sehr, sehr teuer sein. Ich hole jetzt einfach mal hier gefühlt alles durch hier. Okay, was ist das hier? Nee, den will ich mir gar nicht kaufen. Oh mein Gott. Okay, unser Geld reicht nicht mehr, weil wir haben unser gesamtes Geld ausgegeben, Leute. Und das kostet jetzt 660.000. Oh, okay, wir haben übelst viel Geld gemacht. Und wir machen auch sehr schnell Geld. Guckt euch einfach an. Wir machen jetzt schon wieder 100.000, weil die Millionen waren richtig viel. Ah, okay, generell das kostet teuer. Warte, es gibt einen Zubehör. Ach, guck mal, wie lustig es aussieht. Hey, ich bin euch ehrlich, Leute. Stufe 2 ist ja richtig teuer, Leute. Hier ganz oben. Okay, das kommt uns erstmal auch hier. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Warte... Was ist das hier? Wartestühle und Rezeption. Nee, okay, das brauchen wir noch gar nicht hier. Okay, dann was ist das hier? Okay, auch irgendwelche Stühle für 300.000, Leute. Ey, das wird hier echt so teuer sein. Dann kaufen wir uns erstmal hier unten durch. Und was ist das für eine Kiste? Okay, dann wird da irgendwas gedreht. Und wir bekommen einfach gratis Bargeld. Hä, dann musst du dir keine Robux ausgeben. Aber, ja, lieber Mann nimmt hier diese Sachen ein, um anstatt Geld auszugeben. Okay, 60.000 wieder. Ey, das ist ja richtig schlau hier. Dann kaufen wir erstmal Bäume. Wir müssen erstmal auch alles außerhalb des Krankenhauses kaufen. Okay, warte mal, können wir das irgendwie öffnen? Ach ja, wirklich, das geht sogar auch. Ey, das ist ja richtig geil geworden hier. Unser Tycoon. Also auch unser Krankenhaus, Leute. Ich verlinke es auf jeden Fall in der Beschreibung des Spiele, falls ihr es ausspielen wollt. Weil es ist ein richtig geiles Tycoon, Leute. Okay, jetzt gehe ich erstmal hier rein, weil da habe ich auch noch gesehen, dass ihr da auch noch was kaufen muss. Okay, was ist das hier? Cafeteria, Leute. Was ist das hier? Sandwich oder Apfel? Sandwich natürlich, Leute. Ach, das kann man wirklich essen? Oha. Okay. Ja, man bekommt ja auch sogar 10 HP. Und was ist das hier? Rebirth? Nee, nee, das machen wir nicht, Leute. Weil ein Rebirth ist ein Wiedergeburt. Und dann verlieren wir immer alles. Okay, Leute. Ich habe mich jetzt entschieden, hier mal einen goldenen Mitarbeiter einzustellen. Für 149 Robux. Ey, macht das überhaupt nicht nach. Ich will jetzt mal wirklich wissen, was passiert, wenn man einen goldenen Mitarbeiter hier kauft. Und, okay, ich habe es jetzt einfach mal gekauft, Leute. Oh mein Gott, Leute. Ey, das sieht richtig geil aus. Boah, der hat auch einen geilen Hut hier. Und der bringt das Doppelte von diesen normalen Kisten. Und wie viel Geld bringt das eigentlich am Ende? Ich weiß es wirklich nicht. Oder? Wie bringt das viel Geld? Oh mein Gott, guckt euch an. Wie schnell wir eigentlich hier unser Geld bekommen. Jo. Okay, das sammeln wir erstmal auf. Dann holen wir uns weitere Sachen. Ey, nein. Was? Ey, das ist ja richtig schlau, hier den zu kaufen. Aber macht das nicht nach, Leute. Das ist 150 Robux und das lohnt sich gar nicht. Okay, Freunde. Ihr könnt hier sehen, ich habe hier meine zweite Etage ein bisschen gebaut. Weil ich habe für euch ein bisschen gespielt. Und ihr könnt hier sehen, wir haben hier einfach noch mehrere Waffen. Und zwar hier eine MP, Leute. Okay, dann habe ich noch einen anderen Suit hier. Oh, okay. Das sieht richtig geil aus hier. Granaten. Was ist hier? Granatenwerfer oder Granaten? Oder sind es Granaten? Ah ja, wirklich, es sind Granaten, Leute. Oh mein Gott. Okay, wir haben einfach Granaten in einem Krankenhaus. Hört sich irgendwie verlustig an. Aber wir haben bald die zweite Etage fertig gebaut. Nur noch das hier. Und dann können wir zur dritten Etage gehen, Leute. Und da wird es wahrscheinlich richtig teuer sein. Okay, das holen wir uns, Leute. Oh mein Gott. Ich kann mir einfach alles freikaufen, hier. Okay, jetzt brauchen wir dafür wieder Geburten, um, ähm, ja, so zu verbessern. Ey, jemand will Granaten auf mich. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Und da fliegt wahrscheinlich jemand hier irgendwie mit Helikopter rum, Leute. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo hat jemand einen Helikopter gehabt, Leute. Okay, jetzt gibt es da oben Etage 3. Äh, nein, oder? Oh, warte mal. Das kann man hier wirklich kaufen. Okay, warte mal. Etage 3, Leute. Oh, Förderband hier. Ach, achso, kostet jetzt richtig teuer. Oh mein Gott, ja. Oh, yo. Okay, das ist richtig teuer jetzt, Leute. Aber ja, sonst würde ich einfach mal sagen, das war es für mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mehr Videos, dann lasst gerne ein Like und ein Abo. Da, Leute, würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Und sonst würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao.